Ihr werdet ab jetzt nur auf Deutsch geredet? Ach, ihr redet Deutsch? Okay. Ja, dann könnt ihr bleiben. Also ihr könnt auch hierbleiben, wenn ihr kein Deutsch versteht. Aber wir laden halt hier leider ab jetzt sehr viele deutsche Videos hoch, die man schlecht untertiteln kann. Oder die einfach unter übersetzt keinen Sinn ergeben. Und deswegen tut mir leid, dass ihr das auf diese Art erfahrt, aber alle Videos, die jetzt hier auf Englisch gekommen wären oder untertitelt, kommen halt jetzt auf dem Hauptkanal. Deswegen ist es eigentlich okay. Also müsst ihr nur da hingehen. Hättet ihr nicht einfach ein Infovideo hochladen können? Naja, machen wir ja jetzt gerade. Darf ich meine Oma grüßen? Ja. Hallo Oma. Das ist bestimmt überhaupt nicht nervig, wenn ich das jetzt so mache, oder? Und auch mir wird bestimmt nicht schlecht dabei. Okay. Also es haben jetzt mehrere geschrieben, dass man hier mit diesen YouTube Captions oder wie das heißt auch Untertitel machen kann. Aber es ist halt echt ein harter Aufwand. Und da geht halt echt viel Zeit verloren. Und außerdem, wie gesagt, manche Sachen machen halt einfach übersetzt keinen Sinn. Und deswegen würde ich halt wirklich diesen Kanal erstmal deutsch machen. Aber vielleicht gibt es ja ein paar von euch, die dann sich bereit erklären, ein paar Sachen zu untertiteln. Und dann kann man das vielleicht wieder ein bisschen lockern. Alter, mir wird es so hart schlecht. Und ja, also ich kenne mich da echt nicht so aus, mit dieser Funktion Untertitel zu machen. Also, also ja. Deswegen. Ach du Sack. Da hältst du es vor allem eigentlich nur für den Ton. Ja. Hey, Alter, wie siehst du das? Naja. What? Ja, die richtige Kamera ist da. Shit, Alter. Shit, man verkackt jetzt. Ich bin ganze'd. Ich bin papa-Rum.